heute und damit herzlich willkommen zu folge vier von wegfurt ich muss mal kurz jetzt schon reinkommen und habe jetzt ein bisschen die anmoderation versaut weil das jetzt einfach nur witzig war dass der gerade da lang gesprungen ist ok jetzt da lang bin ich denn da auf dieser einen seite gewesen okay also noch mal leute sorry habe ich es wieder verpeilt hat sich willkommen so bigfoots natürlich und ready und bigfoot auch und ich würde nur noch mal kurz gucken die eine stelle da die irgendwo hin führt das müsste ja eigentlich hier irgendwo sein hier ist der jägerturm sagt und hier ist aber nie noch eine falle oder so also möglichst eine die ich nie selber aufgebaut habe natürlich lieber noch mal hoch das nächste leute aber ich gehe mal in die richtung denn das sieht mir fast danach aus als wäre da noch irgendwo was genau hier mal so durch auf jeden fall wieder so ein komisches tut dann ich meine muss doch irgendwas sein da ist doch auch was jawohl ja sehr geil unterschlug ja wie sieht es denn aus mit fallen oder medikit das wäre so meins ja danke lieber gott traum das blöde ist dass das aber nie lange halten wird denn jetzt habe ich wieder null weiße was zum fotografieren ist jetzt näher oder näher ok ja auf jeden fall habe ich noch ein camp gefunden wie ich mir gedacht habe und dann würde ich mal diesen anderen ausläufer noch mal angucken vielleicht ist da ja auch noch irgendwo was genau gehen wir hier hoch am besten auch halt unbedingt erste hilfe kids das wäre so der absolute traum irgendwie kann ich mich an diesen ausläufer erinnern da geht's und ich wollte aber hier lang genau genau hier mal rein kommt mir nicht bekannt vor stelle das sieht doch spannend aus bitte ein erste hilfe kid das wäre prima B manufacturer ja nix nix nada niente nix 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 Das ist ja auch alles ganz toll, aber ich brauche erst eine Hilfe. Wow, heute suchte ich Plätze, an denen wir ein Fotoshooting für dich machen können und sah dabei viel Blut auf dem Weg. Vielleicht existiert er. Ja, unsere Influenza. Die hellen Leuchten. Hier. Kein Erste-Hilfe-Kit für mich. Okay, der kommt gleich, Leute. Bürste schon wieder. Warte, ich habe kein Glück mit diesem Ersten-Hilfe. Oh, jetzt Fleisch, Leute. Natürlich nie gesehen. Hier. Mal hier an den Bäumen und noch gucken. Ja, manchmal ist hier nämlich noch was. Hier ist noch was zum Fotografieren. Alles klar. Wollte ich erst mal hier hochgehen. Beziehungsweise, von da bin ich ja gekommen. Und ich kann ja jetzt auch nie weiter, so wie das aussieht. Ja, hier ist nichts mehr. Ja. Oh. Ah. Aha. Aber die Falle ist doch nicht gerannt. Wie schnell ist der bitte hier. Schwein. Ich habe keine Angst vor dir. Ja. Das wollte ich dir schon immer mal sagen. Wie geht. Oh, hier ist irgendwie ein Weg. Okay. Ach. so und wo könnte ich denn noch hin also ich habe jetzt auch erst der macht das nicht scheiße natürlich aber erst abgehauen er ist abgehauen leute okay ich war jetzt so durcheinander kommt der noch mal okay ich habe auf jeden fall sauber gemacht ja 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 genau so leute wo machen wir das jetzt nicht gut ich hätte aber lieber meine shotgun gehabt wenn ich ehrlich bin scheiße er hat mich noch mal bekommen das war natürlich richtig dumm das wäre eigentlich meine chance gewesen ich bin mal ordentlich vor eins über die rübe zu ziehen ich habe ihn ordentlich sauer gemacht würde ich sagen also das auf jeden fall der hat mich wirklich ordentlich erschrocken schon wieder schwein alter heftig ich gehe auf jeden fall hier lang okay das sieht aber so aus wer da jetzt noch mal irgendwie eine falle gerannt oder ich müsste dem jetzt ein bisschen was abgezogen haben habe keine ahnung ich habe es auch überhaupt nicht mehr im überblick nicht ehrlich bin da hinten anscheinend ist da was ja hier war ich noch nie geil weichern mal bitte da ist auf jeden fall ah leute ich sehe es ein absoluter traum okay und du musst mal bitte auf die kamera gucken da ist schon wieder am wohnwagen gewesen aber er ist immer noch nie in die falle reingerannt er sagt okay nochmal speichern gegen health pack leute ganz klar auf hall hier okay der ist schon wieder hier jetzt okay dann sollte ich wahrscheinlich mal schnell reingehen hier geh mal rein bitte oh da sehe ich schon das nächste pack oh ist das erleichternd leute ja hammer danke dafür aber ich brauche noch mehr reicht immer noch nie even und ich filmen die attacke auf mich falls etwas passiert schreie ich laut auf ahaha Daniel na sind halt auch leider ein bissl bisschen dumm der ist schon wieder hier mal mal ist der da was ist anders an den ort dass der da immer abchillen will jetzt auch keine ahnung leute ich finde es auch irgendwie ein bissl witzig okay hier ist auf jeden fall wieder ein säe wachs die ich aber nicht mehr einsammeln kann hab ich reingeguckt ne genau okay ja ja also mit diesem code das war wahrscheinlich wirklich nur beim ersten mal so easy völlig okay ist denn ich habe jetzt auf jeden fall keinen gesehen komme ich hier noch irgendwie höher ne ne hier vom schneemann noch was hier kia jetzt könnte ich natürlich mal runterfahren mal ganz kurz gucken bitte sehen wir den ich würde den halt schon gerne mal sehen wenn der hier hoch rennt in der sack ok ok ich würde mal hier noch so ein bisschen weiter gehen hier so genau genau ja das ist exakt der weg den ich mal lang gehen würde ich bin mir wirklich sicher dass ich noch hochsitze finden kann und es wäre auch eine richtig coole sache ok wir müssen mal hier lang und dann am besten gleich hier rein genau und da müsste auch noch irgendwo was sein hm hier hinten hier hinten ist wieder was ah ja da ist ein türmchen prima an den tower 1 jawoll rotobatterie ich irgendwie auch noch nicht so recht verstanden so ist das oh es ist ein traum Leute lass mich mal kurz ins inventar gucken danke richtig gut ok ich würde mich jetzt mal trauen hier ohne meine falle hinzusetzen ruhe perfekt wich geil ok hätte ich auf jeden fall auch irgendwie runterfahren können hier ist noch ein Fodor was ich schießen kann sehr schön hier gehen wir mal hier lang 912 hat er immer noch leben ich habe zwei medikits menge munition die mir aber in den meisten fällen auch nichts bringt weil am besten ja wenn dann so ablaufen müsste dass ich den anschießen er halt abhaut bei in den meisten fällen ist es ja so dass er mich halt sofort erst mal hier runter jetzt mit dem see kann man nämlich nicht vorstellen dass wir da auch schon alles haben genau hier nochmal hier hier ist auf jeden fall eine monie ich aber nicht mehr aufsammeln kann Ich bräuchte wirklich keine Muni mehr, Leute. Reicht hat sich erstmal die Munition nach. Oh, da ist ein Pär. Mal da hinten. Da ist dieser Durchschwopf, an den kann ich mich auch erinnern. Hier ist auf jeden Fall keine Höhle, wie ich das jetzt auf den ersten Blick zumindest erkennen kann. Rotem ist wieder am Start. Ich würde eigentlich mal um den See rumlaufen. Am besten. Ach, da bin ich gewesen. Wow, es ist schon ein bisschen spannend, tatsächlich. Es ist hin und her gerenne. Na, mein Freund? Was geht? Höhren. Ich habe gerade Stampfen hören. Hm. Hier. Scheiße, dunkel nachts hier. Da muss ich auch mal so sagen, wie sie ist. Okay, wir müssten eigentlich hier rüber irgendwie. Komm hier runter. So. Natürlich durch. Ich hatte gehofft. Hier wiederum. Doch, es geht schon um hier. Perfekt. Denn ich würde nämlich gerne mal hier lang laufen. ein Außenweg. Jetzt kommt er dann, oder? Lauter. Oh. Nein, nicht schon wieder. Ach, ich bin doch so doof. Warum sehe ich die denn hier? Was finden das für doofen Fallen? Dann kann ich die vor allen Dingen auch wieder spannen. Und noch nie ausprobiert. Nicht so aus. Toll. Das ist ja ein Quatsch. Das ist ja wirklich bescheuert. Der Baum fliegt wieder um. Okay. Wohl wäre, wenn das auch gespeichert bleiben, oder? Tatsächlich. Bin ich mir nicht so sicher. Wenn, ähm, so ist. Schon stampfen. Wart nach. Der kommt jetzt gleich noch mal. Ah, der ist ja noch mal schon. Und? Traust du dich? Komm her. Vigi. Was geht? Halt doch mal nach Hause. Was soll ich so? Scheiße. Oh Gott, hat der mir ins reingeprügelt. Ja, Gott. Ach, er je. Das war übel, ey. 849. Ja, 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 ja. Ich hab kurz gedacht. Okay, jetzt ist doch auch was. Hier. Alles klar. Ich hab' da. Nee, alter. Oh, nein. Ah, ich drehe so durch. Jetzt bitte. Ah, fuck you. Das ist doch nie wahr, ey. Glaub's nicht. wie cool wäre es wenn ich einmal diese falle erkennen würde ja schon echt der absolute knaller ich habe wirklich keine ahnung mir fallen die nie auf ich ist auch extra so man so ein bisschen den überblick verliert die sollen ja auch jemanden fangen werden die schon so getarnt sein dass ich die auch nicht erkenne wahrscheinlich das würde ja für mich eigentlich nur bedeuten dass ich halt immer gar nicht so in die mitte irgendwie ins cam loben kann aha wohl die teil ich brauche erste hilfe bitte das ist ja richtig toll und wofür ist diese autobatterie eigentlich auch keine maus finden ist auch nie ja oder tablet bei signalfackel drohne ruhrzange gasflasche kann ich das mal wie mache ich das sowie aktiviere ich das ist doch die eigentliche frage kann das ja im mini aktivieren wer ist hier ah ich verriere na Leute ist doch absolut klar oder ich stelle das da hin und wenn der jetzt kommt der sack das ist übrigens noch eine kiste nochmal so da ist eh nichts drin wenn der jetzt kommt der sack dann werde ich da drauf ballern das ist doch der plan davon oder ja klar nur ist natürlich nicht so einfach das zu teilen aber ich bin schon cool damit wenn das gehen würde denn ja das würde dem wahrscheinlich schon was abziehen ne ich stelle mir auch vor dass es den auch aggressiver macht ist nicht so recht wenn er jetzt kommen würde wäre es halt perfekt und für mich würde das ja auch bedeuten dass ich da definitiv nie auch nie so nah dran stehen kann um das zu aktivieren kommst du ich meine das würden wir alle schon geil finden jetzt ist hier nochmal explodiert ja das müssen wir mal ganz kurz abwarten ob das klappt ich hoffe dass der jetzt nie von hinten kommt es wäre halt perfekt wenn der direkt auf die straße jetzt angerannt kommen würde das wäre so das optimale Szenario das wäre so das optimale Szenario aber es passiert nichts das ist echt witzig er hat auf jeden Fall durch einen Schrei mir übermittelt dass er hier in der Nähe ist wenn der jetzt von hinten kommt dreh es durch wenn der jetzt von hinten kommt dreh es durch wir wollen das da alle sehen jetzt für ein stampfen irgendwie rechts von mir ich kann es sanft stampfen ich muss mich auch die ganze Zeit zusammen weisen und dass ich da nicht mal einfach so jetzt drauf schieße ist auch schon ein bisschen verlocken tatsächlich jetzt kommt der näher komm alter heftig stellt euch das mal im realen Leben vor so ein Szenario sitzt hier auf so einem läppischen Polizeiwagen hockend mit dem Sniper oder Gewehr was auch immer und wartest dass diese Kreatur aus dem Wald gerankommt damit du wiederum diesen Benzinkanister anschießen kannst gibt es etwas Spannenderes diese Szenerie steht Bigfoot da oben auf dem Berg und lacht sich ins Fäustchen alles Fragen die wir haben und am Ende der Geschichte wäre ich vielleicht von einem Wolf gekillt wäre auch geil Vicky mein Freund zeig dich komm Daniel sag ok 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 Leute also ich würde sagen diese Situation werden wir beim nächsten Mal noch ein bisschen weiter warten ob er sich denn dann hierher traut und dann probieren wir das auf jeden Fall aus wenn das klappt also das wäre echt eine coole Sache für heute sage ich vielen lieben Dank fürs Zuschauen und ich hoffe ihr hattet viel Spaß heute und ich würde sagen wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder Leute und bis dahin sage ich Tschüss zurück